Begabung war immer ein Thema, was mich sehr interessiert hat. Das erste Mal bin ich ganz intensiv damit in Berührung gekommen durch meine eigene Tochter. Meine älteste Tochter war sowas von lebendig und sowas von fröhlich und unternehmungslustig, kreativ und voller Esprit. Wenn man das Kind angeschaut hat, dann hat es einfach nur geleuchtet. Und zwar von Anfang an. Sie wollte alles sehen. Sie wollte alles anfassen. Sie wollte überall dabei sein. Und als sie dann anfing zu krabbeln, da hat sie sich auch ziemlich schnell hochgezogen. Man sagt, so ungefähr mit einem Jahr können Kinder laufen. Ja, das war bei meiner Tochter anders. Meine Tochter hat mit dem Klettern begonnen. Ja, mit dem Klettern. Wir hatten im Wohnzimmer einen runden Tisch und über diesem Tisch hing eine Pendellampe. Unternehmungslustig, wie meine Tochter ist, hat sie sich am Stuhl hochgehangelt. Und dort waren Sprossen, die die Beine miteinander verbunden haben. Und an diesen Sprossen ist sie hochgeklettert. Und als sie dann oben war, da ist sie dann auf den Tisch geklettert. Der Stuhl hat eine relativ hohe Lehne gehabt und ich denke mir, dass sie sich mit einer Hand an der Lehne festgehalten hat und mit der anderen nach der Lampe gegriffen hat. Jedenfalls hat sie dann mit beiden Händen an der Pendelleuchte gestanden, mit neun Monaten und ich kam ins Zimmer und mir ist fast das Herz stehen geblieben. Das war nur eine ihrer Kletteraktionen. Wie gesagt, das ging schon sehr zeitig los. Sie war also körperlich total begabt und unternehmungsfreudig. Nicht nur das. Von einer Erzieherin erfuhr ich später, dass sie besonders schnell in der Auffassungsgabe ist. Wenn man ihr etwas zeigt, kann sie das sofort nachmachen. Und noch etwas war besonders bei ihr. Sie hat nicht nur etwas nachgemacht, sondern sie hat auch vernetzt gedacht. Ich will es an einem Beispiel erklären. Als meine Tochter so etwa drei Jahre alt war, hatte sie einen dunkelblauen Anorak. Die, die in der DDR aufgewachsen sind, wissen, dass man nicht immer das kaufen konnte, was einem gefiel, sondern das, was es gab. Also meine Tochter hat einen dunkelblauen Anorak. Und ich hatte wunderschönen roten Nagellack. Eines Tages hatte meine Tochter beschlossen, dass sie statt einem dunkelblauen Anorak doch lieber einen roten haben wollte. Ihr könnt euch vorstellen, dass sie mit dem Nagellack nicht sehr weit gekommen ist auf ihrem Anorak. Heute lache ich darüber. Damals war mir nichts zum Lachen zumute. Aber in Gedanken sehe ich noch dieses kleine Mädchen, wie die so gerne ihren Anorak rot malen wollte. Hm, auf solche Ideen muss man erst mal kommen. Also auch kreativ war sie. Sie war unternehmungslustig, nicht nur als kleines Kind, sondern sobald sie etwas größer war, beschloss sie, ihre Oma zu besuchen, die zehn Kilometer entfernt wohnte. Sie war damals noch im Grundschulalter und wir lebten in einer Großstadt. Das heißt, sie stieg in eine Straßenbahn und fuhr damit durch die Stadt. Alles das sind wertvolle Begabungen. Als Erwachsener denkt man natürlich, oh Gott, was kann dem Kind passieren? Oh Gott, was stellt sie wieder an? Oh Gott, was ist das? Unsere Gesellschaft ist für solche Menschen nicht gemacht. Ich denke, sie war eine von den Kindern, die man die Kinder der neuen Zeit nennt. Die lassen sich nicht so ohne weiteres in irgendwelche Schemata pressen. Die wollen nicht gehorchen, weil sie selber tolle Ideen haben, die sie in die Welt bringen wollen. Begabung, dieses Thema hat mich ein Leben lang beschäftigt. Ich glaube, jetzt ist die Zeit so weit, dass man sich guten Gewissens daran erinnern kann, wer man eigentlich ist. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, eure Valeska.